Hi und willkommen zurück zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute spielen wir Soba Golf in Roblox. Dieses Spiel erlaubt es einem privaten Server für Zero Roblox erstellen zu lassen. Und das habe ich natürlich ausgenutzt, damit ich nicht mitten in einer Runde falle, wo ich dann 1000 Punkte habe oder wo ich einfach gestresst werde von anderen Spielern, die viel zu schnell im Ziel sind. Und ich kann sogar auch auswählen, welche Mapper ich spielen möchte. Und wir spielen jetzt erst mal Orashis, weil ich es noch nie gespielt habe. Start Game. So, okay, man ist einfach ein Ball und dann kann man eigentlich nur linke Maustaste drücken und dann ziehen, zum Auswillen wie viel oder wie stark man schießt. Oh, shit. Äh, ja. Wie viel man werfen will und dann zeigt es sogar einem so schön an. Ja, sie haben im letzten Spiel noch so viel Power gegeben. So. Und das erste Loch bekommen wir schon plus eins. Also, ich sollte eigentlich direkt auf diesen Block dort werfen können, mit relativ viel Shit. Das war zu viel. Ja, die Physik ist natürlich nicht gerade exquisit in diesem Spiel, aber ja. Wem kümmert, es funktioniert im Allgemeinen gut. Und man kann es fast überspielen auf dem Computer, auf der Xbox, auf dem Tablet. Ja, wenn man möchte, vielleicht sogar auf einem verdammten Amazon Fire Tablet. Okay, oh, das ist ja, hm, da ist Schand. Hab ich nicht gesehen. Okay. So eine Verarschung. So, danke. Schon der dritte Boogie in dieser Runde. Da sind irgendwie schon drei über ein paar insgesamt. Chat ist aktiv. Was ist denn mit dem Chat? Achso, sag einfach welches Loch es ist. Wow, es steht ja rechts da vorne, aber okay. So, ähm, boom. Oh, ging ja gar nicht so schlecht. Okay, mal sehen, zielen wir mal gut, so. Yes, und jetzt nicht allzu viel, aber nicht zu viel. Shit, es war zu viel. Okay, aber zumindest haben wir für einmal ein paar. Yes. Okay. Wir können es riskieren, über die Brücke zu gehen, aber wir müssen jetzt schon erst etwas nach vorne gehen. Stopp, das ist, hm, perfekt, scheisse. Nee, jetzt muss ich da wieder etwas. Äh, ja gut. Äh, fa... Also es ist relativ schwer einzuschätzen, wie viel Stärke man da geht. Und man ist relativ schnell zu viel und zu wenig unterwegs. Und da haben wir schon Double Boogie. Kompensation des Paares von vorher. Jetzt haben wir überall Boogie. Okay. Das ist eine Lücke. Das heißt, wir müssen relativ stark. Das war zu wenig. Mehr. Mehr. Immer noch zu wenig. Mehr. Gut. Okay. So. Und das ist ja wieder Sand. Also vielleicht so. Okay. Ja, ja. Das ist ja ziemlich gut. Und dann wieder mal mit einem Boogie ins Ziel. Yay. Schon sechs über Paar. Einfach nicht zu stark. Ja, so. Hm. Töne ich gut. Und jetzt relativ stark. Sonst fällt es ja wieder zu. Oh, man wird die ganze Zeit verarscht. Okay. Vorher konnte ich durch eine solche Lücke gar nicht drüber springen mit so wenig. Und jetzt knallt es mich einfach raus. Oh. No, es hat mir nicht mal ein Birdie gegönnt. Aber dafür ein Paar. Immerhin. Immerhin. Aber das kann verziehen wir wahrscheinlich jetzt wieder mit einem Double Boogie. Okay. Okay. Ja. Oh, jetzt haben wir vielleicht sogar ein Birdie. Yes. Birdie. Okay, das hätte ich vorher sehen sollen. Okay, mal sehen. Ding, ding, ding. Okay, nochmal. Nee. Ich wollte nicht nur zwei. Oh, Mann. Okay, so. Okay, das funktioniert von mir aus. Dann wieder ein Double Boogie. No. Triple Boogie. Haben wir sogar das Birdie kompensiert. Yay. Okay, das ist eine Rampe, also müssen wir Mordspower geben. Das hat sogar funktioniert, Mann. Das ist ja... ... verwunderlich. Sand. Verdammt. Mehr Paar. Paar. Was ist das? Wie? Entschuldigung. Wie? 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 Dann hat er wieder mal Paar. Ja, ist ja wieder klar gewesen. Vorbei, vielleicht? Okay, jetzt wäre es so schön gewesen. Vorbei. Naja. 100! Yes! Paar. Uh, sogar... Doch, guter Winkel. Willst du noch das nicht mehr haben? Paar. Super, dieser blöde Sand. Nö! Verdammt. Shit. No! Jetzt muss ich so was geben. Oh, man. Oh, shit. Hey, 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 hey. Okay, nochmal. Aber jetzt etwas früher. Shit! Oh, da ist ein Rand. Uff, huff... Da war Pogge, yeah. Also normalerweise wenn so ein Loch da ist, sollte man da nicht rein gehen. Sonst hat man es verloren. Okay, dann versuchen wir mal das Loch zu besprengen und dann mehr Hunde hat es gegeben. Oh, Hole in One! Der qualifiziert sich nicht für Hole in One. Okay, nur so zur Info, ich bin relativ schlecht in Physik. Also... Machen wir es halt so. Okay, ähm, 82? Ja, hätte besser sein können. Aber ja, ist nicht so schlecht. Lauer Boogie. Okay, ja. Hm. Also eigentlich würde das direkt runter gehen. Aber wir dürfen es einfach nicht verhauen hier. Das heißt, geben wir mal Gas. Aber nicht alt. Okay, das wird zu viel. 50? 50. Yes. Nein! Nein! Du musst auf das Dreieck zählen. Ja, es hätte doch so schön enden können. Und dann halt eben nicht. Oh, yes! Uh! Oh, yes! Pasch! Immerhin! Okay, machen wir einen kleinen Schlag in diese Richtung. So. Ja, geht das einfach so in die Pipeline? Ja, ja, geht schon. Ui. Yes! Yes! Los! Noch heute! Rein! Igel! Ich habe gewonnen! Ha, wie? Spielen wir auf dem Friedhof? Ach, Mann! Wieder mal knapp gewesen. Birdie! Da vorne ist Wind, also müssen wir relativ schnell. Okay, relativ stark. Schlechte Idee. Weniger stark. So. Ja. Und jetzt noch ins Ziel zu treffen. Ich würde sagen, ungefähr 30. Nein! 30 ist zu viel! Shit! Bogey! Ja, vielleicht soll ich jetzt mal ansehen, was hier los ist. Okay. Ja. Also vielleicht, dass wir hier hochkommen. Ja. Ist gewesen. Dann müssen wir halt, äh... Naja. Da wäre eine Einbuchtung. Aber da wir es so super gehabt haben... Egal. Birdie ist gut. Naja. Fast. Egal. Ööö. Park. Mhm. Mit Wind, hm? Vielleicht versuchen wir mal eine Kurve. Irgendwie schon. Okay. Das war viel zu stark. Jetzt ist es doof. Jetzt ist es richtig doof. Wie soll ich jetzt diese Kurve... Okay. Es sollte vielleicht noch gehen, hm? Uh, yes. Oh, yes! Gas. Eigentlich kann ich so richtig Gas geben hier. Ja, das war zu viel Gas. Verdammt. Okay, machen wir es mit der Ecke. Gut. Ja. Und jetzt nur noch ins Ziel treffen. So. Wow. Also. Mmh. Okay. Nooo. Ah, knapp nicht hochgekommen. Vielleicht schauen wir... Schaffen wir noch ein... Birdie. Birdie. Yes. Yes. Birdie. Nice. Ja, vielleicht nicht anzustellen. Ja, ja. Das war so. Jetzt können wir hier noch mal besuchen... Oh! Oh! Och! Nee! Nee! Okay. Okay. Oh ja, gut! Wenn man es mir schenkt. Von mir aus. Oh! 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 Nee! Jedes Mal kack ich sowas! Okay. Ähm. Da so. Ja. Und jetzt. Oh! Oh! Yes! Gut. Stammt. Also nicht jetzt. Nee! Oh! 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 Jetzt! Jetzt! Ja, es geht schon. Okay. So. Hm. und jetzt noch ins ziel boogie okay das ist ja wieder da muss ja wieder keine ecke sein los du schaffst 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 muss power geben mit 100 so ja ich würde sagen ungefähr es gibt eine ecke hier in ecke dort ecke hier das heißt ihr wisst was das bedeutet mordspower wunderschön das ist jetzt kompliziert wenn ich zu viel gebe schmeisst es mich schon weg wenn ich zu wenig gebe kommst du in die blöde situation wo winkel scheiße ist okay noch mal vielleicht etwas mehr ok noch mehr 70 so ok ja das war's mit super golf in roblox vielen dank fürs zu sehen und bis zum nächsten mal bitte abonnieren um solchen konnte immer wieder sehen zu können und damit sage ich jetzt tschüss